Es ist eine Wither-Spawn-Kampfkammer. Den kannst du da drin spawnen, der kommt da nicht mehr raus. Okay. Dein langes Ding. Ja, mein Rapier heißt langes Ding. Du hast es hier aber auch zusammengeworfen, wie du wolltest, oder was? Ja, erstmal habe ich da alles reingeworfen, weil bald haben wir ja so ein vernünftiges System oben. Ja, aber das läuft also noch nicht. Das ist soweit angeschlossen, da ist aber noch kein Lagerplatz drin. Weil wir noch keine vernünftige Stromversorgung dafür haben, weil das Ding oben bisher nur über Solage betrieben wird. Aber die Sula ist noch nicht so gut am Laufen, dass man es dauerhaft verwenden könnte. Wow, ich habe einen Kopf in der Fahne. Ähm, was wollte ich heute machen? Ähm, Werter. Stimmt. Was machst du, der soll, der? Ähm, in dieser Version stellst du damit die Prozessoren her. Ach so. Das ist ja easy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da habe ich hier einen interessanten Kopf noch. So, das da rein, das da rein. Hier unten habe ich schon ein bisschen was durchgeschmolzen. Was macht denn die Melanie da hinten? Melanie? Melvin? Ach so. Melvin. Melvin. Der ignoriert mich. Melvin? Der steht auch jetzt, ja. Alles klar. Würd gerade sein, der steht hier ziemlich AFK. Ich wollte gerade einen Kuchen vorbeibringen, jetzt hat Pech. Du bist noch nicht Aufnahme, oder? Doch. Hm. Es ist kein Einzelos. Würd ich. Es ist kein Einzelos. Es ist kein Einzelos. Es ist ein Einzelos. Es ist ein Einzelos. Wird nicht auf den ZDF. Es ist ein Einzelos. Wie ist das? Ja. Achso. Oh, ich hab sogar Mukus. Macht es Spaß? Ja. Schön. Backbleck. Mein Router hat sie zum fünften Mahort neu gestartet. Ich freue mich. Great. Ja, Melvin, heute ist Melvin-Mobber-Tag, weißt du doch. Verdammt. Das ist gelogen, das ist gar nicht jeden Tag. Doch. Nein, obwohl. Doch. Warte mal. Sag mal einen Tag, wo es nicht der Tag war. Also. Warte, mir fällt gleich einer ein, warte. Warte. Vor sieben Tagen? Hey, ne ganze Woche. Ich weiß es selbst nicht genau, von daher. Ich auch nicht. Ich mobbe dich einfach grundlos und gut. Aber Melvin. Tyrox ist nicht da, du weißt was das heißt. Tyrox-Trollen. Genau, du kannst ihm alles heimzahlen, was er dir bis jetzt auf dem Server angetan hat. Du hast mir auch so einiges angetan. Das ist gelogen, ich bin immer ganz doll lieb. Wann warst du mal lieb? Vorhin, ich wollte dir einen Kuchen bringen. Aber du bist einfach offline gegangen, du Arsch. Einen Kuchen? Jo. Ist dir der Kuchen eine Bombe gewesen? Einen Kuchen wäre Rappengift gewesen. Boah, was denkst du von mir? Einen Kuchen. Denkst du ernsthaft, ich würde dich vergiften wollen? Ja. Ne, da sehe ich dich ja nicht wirklich leiden. Ja doch. Auf dem Boden rumkauern mit Schaum vor dem Mund. Ja ne, das ist nicht lustig. Also wenn, dann will ich dich schon so richtig leiden sehen. Also, Nadeln unter die Fingernägel, Salz in die Augen, Herz mit einem Löffel rausschneiden. Denk gilt immer für Notfaller. Alles sowas, Melvin. Oh Gott, das geht schon gut los hier. Da. So, da. So, da. Du knickst sie ja neben dir aus, da kannst du die Mauchgops reinknallen. Okay. In die große. So, bis meine Kohle durchgebrannt ist, geh ich mal zum Melvin rüber. Wo? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Vor allem, ich habe jetzt erst auf eine Privatnachricht gekriegt. Ich kann die nicht angucken. Oh. Aha. Weiber. Eigentlich, ich habe einen Stein. Was? Einen Stein. Nur einen? Ja, ich werde treffen, komm. Willst du ihn wieder haben? Nein. Oh, den blöden Stein nicht. Scheiße. Wenn ein Stein nicht wert ist das Eisen nicht wert. Wenn ein Stein nicht wert ist das Eisen nicht wert. Weiii. Guck. Und ich habe rum. Hör auf, ich habe Blutbacks im Inventar. Ah. Wow. Void Crystal Chestplate. Brauche ich nicht. Habe ich schon. Ich weiß schon, was ich jetzt mache. Also. Äh, wie wärs mit der Tinker Schmelze? Und dann vielleicht endlich mal richtig hier produktiv Erze schmelzen und generieren. Tinker's Construct. Das ist das. Was ist das? Meine Lieblingsmacht. Irgendwie. Die sind kaputt. Ah, das ist ja Dirt. Sieht aus wie Popel. Wie das da? Das sieht nicht aus wie ein Popel. Wie das da? Huiiii. Huiiii. Willst du da auch mal? Ja. Hey. Komm. Das sieht halt wirklich aus wie ein Popel. Hier. Ich will mich nicht opfern. Nee, das ist kein Opferdolch. Doch. Echt? Ich kenn mich mit Bloodmagic näher aus. Äh, wie heißt der dann? Dagger of Sacrifice. Was ist das? Das hört sich schon ziemlich nach Mock-Opfern aus. Es könnte aber der sein, um andere Viecher zu opfern. In Sacrifice irgendwas mit Opfern. Ah, hier ist Tinkers. Hör auf! Kann es sein, dass du dir einen Stein, äh... Weih. Melvin, ich kann zaubern. Tschüss. Was? Das kann ich auch. Lass uns mal in den anderen Schneider gehen. Ich versteh grad kein Wort. Hast du dir einen Steindegen gemacht? Äh, nee. Obsidian. Melvin. Ja. Ach, weil da noch Dings drin ist? Komm mal zu mir, da sind Monster. Nee. Vielleicht nicht noch einmal. Komm mal. Ja, haben wir hier irgendwo eine Tinkers- Flakschmer. Flakinator? Was ist denn ein Flakinator? Ähh. Mach ich damit? Mopslaut bei mir. Das ist voll. Ähh. Ähh. Ja, warte kurz. Okay, dann. Ja, haben wir. Hinten war der, äh, Wizard-Dings da. Okay. Hilf! Hat da einer geclaimed. Das war ich. Warum? Weil ich hier schon brauche. Warum? Was hast du jetzt angepflanzt? Beet, Flut und Protatos. Warum? Ähh. Essenssachen werden hier angepflanzt. Warum brauchst du Hilfe? Okay. Hier hinten ist nur, hier ist nur für Erze und so. Hier wächst nämlich jetzt gerade Erde, Redstone und Dias. Genau, das würde ich immer machen. Das ist... Das... Das... Yay! Tinko. Zwei, zwei, eins... Oskar, lass mal der Jetpack irgendwo erwachsen. Ja. Wo bist du? Ja, ich hab dich nie getroppt. Ich hab's dann bei mir jetzt. Du bist mit. Ein Spice-Rack. Neeeeeee! Neeeee! Ich brauche... Du kommst da aber nicht. Einfach auspässt. Dann frage ich die Sarah. Was? Wirst du denn fragen? Warum du mir kein Holz gibst. Und du denkst, sie hat eine Antwort drauf Ja Nein, doch Nein, warte, vielleicht Oh, hallo, wer bist denn du? Du kommst schon so bedrohlich auf mich Wo bist du denn gespawnt? Du Knall, komm Das Pack macht mir langsam Angst Holzdieferung Was? Hier ist eine Holzdieferung Da Wow, cool, danke Ich habe leider kein anderes Holz mehr Wir bauen nur noch das an Aber jetzt frage ich mich gerade erst mal, für was braucht es das Holz? Ey Ich weiß es nicht Ey, Oskar, ich würde mit dem Jetpack aufpassen Ich habe es nicht aufgeladen, nachdem ich sie gegeben habe Ja, ja, habe ich selbst gerade gemerkt Hier, hier drin Da ist er Bitte schmier nicht auf Du Oskar Back oben So, äh, das ist gut Einmal da hin Wo habe ich jetzt meine Barrels denn gemacht? Wieso verbindest du mich das, dieses Stromsystem mit dem Reaktor? Weil ich keinen Bock habe, durch die ganze Base Stromkabel gerade zu ziehen Und ich jetzt hinterher anders machen werde Hm Ja, ja, das ist ein guter Hä? Wo sind meine Barrels denn? Da Das wäre eigentlich hier besser Es gibt hier leider keine Tinkers Armor Hm, ich habe es schon gesehen Können wir diesmal nicht wieder pinke Herzen machen? Äh, Tinkers, äh, ist drin, plus Tinkers Leveling Na, okay Muss ich weiter Das ist das, was ich bisher beim Tinkers gesehen habe Das Ganze mal auf Steine setzt War es deine Holzplattform? Ja Ja Wäre angebracht Ja Das ist Ich brauche Kissen Da hörte ich doch hier noch nicht Da Da Blum 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 aufgestanden oder die schlafen noch nicht mal könnten halt 1 zu 1 deine geschwister sein doch du längst nicht voll ab ich vergesse immer die hälfte wegen dir ja das war auch mein plan ich war heute nicht mehr auf dem arc server ich glaube bis jetzt lebt noch alles ich war ja heute drauf ich hab da wir waren ja gemobst ich hab denen kein essen gegeben vor allem nachdem ich die nachricht geschrieben habe dass noch mal 50er wir waren ein dabei ja was finde ich ein 190er das war alle kalt gestellt so dahin und dahin das müsst ihr jetzt oh instant voll das läuft das hast du gerade nichts zu tun mehr oder weniger nicht nein okay du hast du hast du schon die ganze arbeit abgenommen so weit wie du bist ja ich kann aber gar nichts tun ich sehe schon fast nicht mehr durch ich guck kurz wo die bessere prozent wir brauchen noch acht weitere sieben und acht weiterer flint meshes hast du und sie dann einfach hier drum herum stellen überall mehr schreien und danach er durch sieben ich stelle jederzeit erde her dann würde ich mich um die siebe kümmern dein ziel was du aus dem sieben herauskriegen solltest ist ein gras sieht flint muss doch ströbeln könnte ja es wird keins mehr haben das hat echt kein klingt warte ich hatte vorhin doch es waren doch hier hinten 19 stück los nicht runterfallen los nicht los nicht Bis zum nächsten Mal.